Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer der HEM Radio World 2021. Nein, es gibt keinen Referentenbeitrag jetzt, sondern ein interessantes Gespräch, und zwar über das Thema AATIS und dem DACEV, eine Kooperation. Was das alles bedeutet, das werden jetzt gleich unsere Gäste erklären. Und zwar ist bei mir, ich fange mit der Dame an, DU7PR, die Steffi Heine von der Geschäftsstelle. Hallo Steffi. Hallo Wolfhard. Und der Vorsitzende von dem AATIS, DL2 HSC, Harald Schönwitz. Hallo Harald. Hallo. Harald Schönwitz ist, wie gesagt, der Vorsitzende von dem Arbeitskreis für Amateurfunk und Telekommunikation oder Kommunikation in der Schule. Und daraus ergibt sich auch die Lehrerfortbildung. Und was das zu tun hat mit dem DACEV und eben diesem Arbeitskreis, dazu erst einmal das Wort an Harald. Eine ganz kurze Erläuterung, aber wirklich eine kurze Erläuterung zu dem Bereich Lehrerfortbildung AATIS. Ja, zur Hemmradio 2006, die unter dem Motto stand, vom Funkamateur zum Ingenieur, hatten wir das erste Mal besondere Schwerpunkte für Lehrer und Schulen in unser Programm aufgenommen. Zum Beispiel Videopräsentation zum Amateurfunk, ein Schülerquiz und berichtet zu Projekten an Schulen. Das war ein Vortrag, der speziell für Lehrer gedacht war. Und dann auch eine Vorstellung einer Schule, wie an dieser Schule, die EAS Weißkirchen war das, wie an dieser Schule die Arbeit mit Schülern in Zusammenarbeit mit dem AATIS-Medienprogramm durchgeführt wurde. Also das war im Prinzip der Start zur Hemmradio 2006, im Programm noch integriert, bevor wir dann 2007 ein eigenständiger Programmpunkt zur Hemmradio mit der Lehrerfortbildung beworben sind. Ja, das war also der Ausgangspunkt für die mittlerweile 13 Lehrerfortbildungsveranstaltungen. Genau, schönen Dank erstmal Harald und damit komme ich jetzt gleich zur Steffi. Wie gesagt, Steffi, Heine, DU7PR, ist ja zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und ist die Projektleiterin der Hemmradio und des Funktages in Kassel, der seit einigen Jahren ja präsentiert wird in Kassel. Leider durch die Pandemie beide Veranstaltungen, deswegen treffen wir uns ja hier, nicht stattfinden kann. Aber ich denke, Steffi kann eine ganze Menge dazu erzählen, wie kam es zur Kooperation und was hat das eigentlich alles zu bedeuten, Steffi? Wieso überhaupt Kooperation? Also erstmal schön, dass das hier klappt. Ich freue mich total, dass Harald die Zeit gefunden hat, Wolfhard und du auch. Und ja, Kooperation ARTIS und DRC e.V. ist eine sehr erfolgreiche Geschichte, finde ich. Das hat, glaube ich, angefangen mit Wolfgang Lips, Delta Lima 4, Oskar Alpha Delta. Damals kamen wir dann, Harald, du warst ja auch schon mit im Team, du warst ja eigentlich schon immer auch am ARTIS-Stand da vorhanden und hast da gut und aktiv mitgearbeitet. Und wir haben damals gesagt, wie können wir das alles noch intensivieren, weil das Thema, ihr konzentriert euch auf Lehrer, wir konzentrieren uns auf Funk-Amateure, auf unsere Mitglieder und natürlich auf die Zukunft des Amateurfunks in Deutschland. Und der lebt von der Jugend und von der Ausbildung und da war diese Kooperation sehr naheliegend eigentlich. Und da haben wir uns gedacht, wie können wir das eigentlich machen auf der Hemrallye? Wir hatten die Hemrallye, wir hatten die Aktionsbühne und jetzt noch die Lehrer zu holen an einem Freitag, wo eigentlich Schule wäre, so ein kleines Schmankerl, Messebesuch mit praxisorientiertem Schulunterricht, dass man da was lernt. Das haben wir dann gemeinsam ins Leben gerufen und das fing schon sehr gut an mit dem kompletten Freitag dann in Halle A2 und auch mit dem Projektestand in Halle A1, wo man dann hingehen konnte, basteln konnte. Aber dieses Thema praxisorientierter Unterricht wurde bei den Lehrern wirklich sehr gut angenommen, weil ich glaube, da ist auch wirklich die Theorie, die theoretischen Grundlagen sind auch Mangelware und da wurde das immer besser. Und ich glaube, Harald, wir haben jetzt 13 Lehrerfortbildungen gemeinsam gemacht in Friedrichshafen und ich glaube, wir waren am Schluss fast bei 120 oder 140 Teilnehmern aus Baden-Württemberg und Bayern, die auch alle eine Bescheinigung bekommen haben. Also das wurde aufgenommen auch noch. Ich finde, das ist schon wirklich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, oder? Was bedeutet diese Bescheinigung? Was hat die für eine Auswirkung? Die Lehrerfortbildung wird in vielen Bundesländern als Fortbildungsveranstaltung für Lehrer anerkannt. Lehrer sind ja verpflichtet, sich weiterzubilden und viele nutzen da die Möglichkeit dieser Lehrerfortbildungsveranstaltung, um ihre Fortbildung da im Prinzip einzuordnen. Das sind aber natürlich nicht nur die Bundesländer bei uns, die das akzeptieren. Mittlerweile haben wir auch viele Lehrer aus der Schweiz und aus Österreich, die an unseren Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Wir hatten auch Gespräche mit den Schweizern, wo diese Veranstaltung auch als Fortbildungsveranstaltung anerkannt wird. Und mit den Österreichern haben wir zum Beispiel auch Referenten gewinnen können, die in dieser Lehrerfortbildung aktiv sind. Ja, das ist also eine sehr gefragte Veranstaltung, wo es manchmal ein bisschen hängt, ist, dass die Lehrer frei bekommen an diesem Freitag, weil doch eine sehr starke berufliche Belastung bei manchen vorhanden ist. Aber mittlerweile ist das eine akzeptierte Veranstaltung, die auch immer mehr Zulauf gewinnt. Einige oder viele holen sich die Bescheinigung nicht ab, aber wir führen ja trotzdem Anwesenheitslisten, weil wir die Zustimmung brauchen zur Aufzeichnung von Bild- und Videodaten, die wir dann veröffentlichen wollen. Da brauchen wir ja die Zustimmung der gefilmten und fotografierten. Genau, und deshalb haben wir auch einen Überblick ungefähr, oder was heißt ungefähr, fast genau, wie viele Teilnehmer wir jährlich haben. Und die Teilnehmerzahl, die wächst also stetig, wobei natürlich 2019, die letzte, die stattgefunden hat, der absolute Rekord war mit 300 Teilnehmern dann am Schluss. Da war das Thema, glaube ich, Konstanz und Veränderung. Und wir dürfen auf gar keinen Fall, dürfen wir den Roman vergessen, Harald. Genau, der Prof. Dr. Roman Dengler, der von Anfang an die Sache didaktisch und pädagogisch betreut hat. Er ist also an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe beschäftigt gewesen, mittlerweile auch im Ruhestand, ist aber trotzdem natürlich noch bei uns im Team integriert und wir arbeiten also eng zusammen. Auch bei der Vorbereitung der diesjährigen virtuellen Lehrervorbildung haben wir da vielfältige Absprachen und Besprechungen im Vorfeld gehabt und für nächstes Jahr gibt es auch schon erste Ideen, was für Themen da angesprochen werden könnten. Ja, also wir sind im Kleinerkreis, der die Sache da fest im Griff hat, sagen wir so. Und der Roman ist also derjenige, der die didaktischen Fäden im Hintergrund in der Hand hält. Das heißt, ihr habt eine professionelle Unterstützung, die euer ehrenamtliches Engagement dann entsprechend begleitet und euch praktisch einen Weg gibt, was gemacht werden kann mit den Lehrern. Genau so ist das. Wir sind ja nicht alles Lehrer. Wir haben uns ja auch ein bisschen für die Mitglieder geöffnet, sodass viele Ingenieure, Wissenschaftler unsere Mitglieder sind, nicht nur Lehrer. Und da ist natürlich Fachkenntnis speziell aus dem schulischen Bereich immer gefragt. Wolfert, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, ist das jetzt gerade noch eingefallen. Du hast mich ja gefragt, wie es zu so einer Kooperation kam. Genau. Und da fällt mir gerade diese Begebenheit ein, 2007 war das, glaube ich, 2006, wo ich am Stand habe. Da hatten wir beide in Gesprächen, da habe ich zu dir gesagt, wenn ich einen Physiklehrer gehabt hätte damals, der Artis-Mitglied gewesen wäre oder der diese Praxishefte von euch und diese Rundschreibung und Bausätze in seinem Repertoire gehabt hat, ich glaube, dann wäre es mir auch wesentlich einfacher gefallen, da in der Schule gut durchzukommen. Und das war, glaube ich, auch so ein Instinkt, wo ich gesagt habe, Mensch, Jugendliche an Technik heranfordern mit so einem starken Partner wie euch, ich sage, da muss doch der DIC mit Artis noch viel enger zusammenrutschen, dass wir ein Angebot schaffen, um den Schülern und den Kindern das viel einfacher zu machen, dieses Spiel mit der Technik und dieses Technik-Begreifen einfach, dieses Greifen von Technik doch einfach mir viel mehr zu verinnerlichen. Also ein ganz spannendes Thema. Also praktisch eine Initialzündung, die da funktioniert. Ja, das kann man so bezeichnen, glaube ich. Ja, jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen was gehört, die Kooperation, wie ist sie entstanden, was bietet auch die Lehrerfortbildung und wir wissen ja auch von der Artis, dass es eben Projekte über die Bausätze gibt, aber es gibt ja bestimmt auch gemeinsame Projekte, die DAC und die Artis betreiben. Was gibt es da für Beispiele vielleicht, Steffi? Ganz tolles Beispiel haben wir jetzt erst gehabt. Harald, wir telefonieren eigentlich wirklich sehr oft miteinander. Wir hatten jetzt ja gemeinsam das Q100-Starter-Set für elf Schulstationen. Das haben wir mit der AMSAT-DL, Artis e.V. und DAC e.V. zusammen auf den Weg gebracht. Das sind Sende- und Empfangsanlagen, die in die Schulen gehen, in die Schulstationen, wo dann Q100-Betrieb möglich ist. Weil wer das einmal erlebt hat, Alexander Gerst live zu hören oder auch mit der Antarktis zu sprechen, jetzt mit Theresa Thoma oder Felix Ries, der sieht einfach dieses Glitzern in den Augen. Und da haben dann die drei Vereine einfach gedacht, Mensch, da müssen wir zusammenarbeiten und müssen einfach was tun. Und das hat wirklich gut geklappt. Leider ist uns Corona dazwischengekommen. Wir wollten eigentlich auch vor Ort Besichtigungen machen und dann auch darüber berichten. Auch auf dem Artis-Bundeskongress war eine richtige Überraschungsübergabe geplant, wo dann nicht nur die Sendeanlagen, sondern auch die Empfangsanlagen dann noch dazu übergeben werden sollten. Aber wie gesagt, Harald, ich glaube, das tun wir alles dann nach. Der Kongress steht ja bald an. Genau, die Einladungen müssten schon auf dem Weg sein an euch, dass ihr da kommen könnt. Wir hatten ja das Glück, im vergangenen Jahr zumindest für einen Tag in Goslar sein zu dürfen, zum Bundeskongress. Und da war ja Theresa auch anwesend. Sie ist ja ein Artis-Mitglied und wie gesagt, das Artis-Mitglied, was zurzeit im ewigen Eis da unterwegs ist. Und ja, dieses Projekt war natürlich auch das Zugpferd dann zu der Lehrerfortbildung, die wir da 2019 durchgeführt hatten. Ja, total spannend. Jetzt haben wir Wolfhard verloren, aber ich glaube, der kommt gleich wieder rein. Aber was Wolfhard ja noch gefragt hat, war mit den Kooperationen, die noch anstehen. Wir haben ja jetzt ab Ausgabe CQDL 3 2021, haben wir eine neue Rubrik mit euch gemeinsam. Tech for You, wo Bausätze vorgestellt werden von euch. Diese Bausätze soll es ja zukünftig auch im DRC-Verlag geben. Oder wir haben ja zum Beispiel jetzt noch ganz neu, haben wir ja euer neues Praxishet vom Artis. Können jetzt auch DRC-Mitglied über den DRC-Verlag bekommen. Da sind wir sehr froh, dass wir da zusammenarbeiten können. Und dann auch diese Ausbildungsstarterpakete, die ihr ja vergeht. Vielleicht sagst du da noch mal kurz was dazu, bis Wolfhard wiederkommt. Ja, wir haben also uns überlegt, wie wir die Zahl der Schulstationen erhöhen könnten und was da für Möglichkeiten vorhanden sind. Wir haben festgestellt, dass einmal eine Schulstation, davon abhängig ist, ob wir wirklich Lehrer an den Schulen haben, die Amateurfunk begeistert sind und die das unterstützen. Das ist also ein entscheidender Punkt, dass wir da einen Fuß in der Tür haben, in der Schule selbst. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir da Unterstützung geben, dass so eine Schulstation ins Leben gerufen werden kann. Und da haben wir uns natürlich auch Partner gesucht. Einmal, was braucht man dafür? Ausbildungsunterlagen. Ja, und hier war im Prinzip der DRC-Verlag für uns der Ansprechpartner, um die Ausbildungsunterlagen zu bekommen. Dann ein zweiter Ansprechpartner war die Zeitschritt Funkamateur, mit der wir auch sehr gut zusammenarbeiten. Und wir selbst haben natürlich, wir bekommen ja auch Spenden und Ähnliches, die müssen wir auch irgendwie sachgerecht einsetzen, dass wir dann Hardware zur Verfügung stellen. Also Lötstationen und erstmal zum Start ein paar Handfunkgeräte. Das ganze Starterpaket hat einen Wertumfang von ca. 1.000 Euro. Ein Teil davon wird an die Schulen ausgeliehen und der andere Teil, der verbleibt dann an den Schulen, bei den Schulstationen. Und wir haben also da schon Übergaben organisiert. Zum Beispiel einen Funktag in Kassel, das haben wir genutzt zur Übergabe. Wir haben auch schon die Hemmrätel zur Übergabe dieser Starterpakete genutzt. Und wir haben mittlerweile über das gesamte Bundesgebiet verteilt solche Stationen, die vom Starterpaket partizipiert haben. Wolfgang, da bist du wieder. Ich freue mich. Für die Aufzeichnung, ich bin auch wieder da. Ja, wir haben doch über Kooperationen gesprochen. Und Harald hat das gerade beendet, dass er auf dem Funktag ist. Und da wollte ich nur ganz kurz sagen, Harald, ernsthaft, egal welche Veranstaltung der DRC plant, ich finde das so schön, Arald ist es immer an unserer Seite. Sei es beim Funktag, bei der Hemm, auch bei anderen Gelegenheiten, ist es wirklich immer so, dass man wirklich da auf euch zählen kann. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit mit euch, mit dem gesamten Team von euch. Das ist ja etwas größer noch. Ihr arbeitet da ja sehr eng, Hand in Hand. Ich habe jetzt sogar gehört, dass die Bausätze werden ja von Hand sortiert, was ich total fantastisch fand. Ganz ehrlich, dass wir wirklich ehrenamtliche Hand dabei waren sind. Und deswegen freue ich mich wirklich, dass wir da so eng zusammengerutscht sind. Ich glaube, das ist auch von Vorteil für alle Funkamateure, wenn wir hier auf diesem Gebiet zu eng zusammenarbeiten. Der Amateurfunk braucht ja eine starke Basis, um gegen die vielen Widrigkeiten, die auf ihn einstürmen, ankommen zu können. Ja, speziell, wenn ich da an meine Arbeit im EFV-Referat im Distrikt Sachsen zurückdenke oder im EFV-Arbeitskreis, dann gab es da viele Erfahrungen, dass es also notwendig ist, dass da viele, viele Leute hinter dem Amateurfunk stehen, um sich zu behaupten in der heutigen Zeit, wo doch der Hunger nach Frequenzen, ob die nun sinnvoll genutzt werden oder mit Störungen vollgepumpt werden, wo der Hunger nach Frequenzen doch riesengroß ist. Und deshalb finde ich auch diese Zusammenarbeit durchaus notwendig. Wir haben ja auch Gespräche, wie wir das in Zukunft weitergestalten und vertiefen können. Das ist auch gerade ein Thema, wie geht es in der Zukunft weiter. Es wird ja in allen Ecken und Fronten diskutiert. Amateurfunk, Co. Vades, was geht weiter? Wie passiert das? Wie stellen wir uns auf? Und wir stellen ja immer mehr fest, dass Jugendliche doch mehr jetzt Interesse daran haben, festzustellen, wie funktioniert etwas, wie geht etwas. Und da sind ja einmal das AJW-Referat vom DRC e.V. ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann noch die Artes mit einbindet, was ja schon passiert, und das Ganze noch nach vorne treibt, ich glaube, Steffi, das ist doch der richtige Weg, oder? Also ich finde es ganz spannend, ganz ehrlich. Ich erinnere mich an Jens Hohme bei dieser Alexander-Gerst-Übertragung zur ISS. Da komme ich in diese Schulaula rein und da saßen an dem Technik-Table nur Schüler. Also ich war total begeistert, weil wenn man mir so ein Technik-Table zeigt, das ist verrückt. Also der lässt da wirklich die Schüler komplett an die Technik ran. Und wenn man, ich glaube, wenn man das Vertrauen hat, Jugendliche schon in früherer Kindheit mit Technik vertraut zu machen und man das als Selbstverständlichkeit annimmt und aufwächst damit, dann fällt es einem im ganzen Leben viel einfacher, dann auch den kompletten Durchweg zu bewahren. Und gerade dieser Durchblick ist es, glaube ich, was die Jugendlichen fasziniert. Es geht nicht mehr darum, nur Technik zu benutzen, wie Handy, Internet wurde immer gesagt, als größter Feind vom Amateurfunk, was ja nicht stimmt. Wir gehen ja total digitale Wege, wir sind überall, wir gucken Hemnet an, was es jetzt alles gibt. Die Funk-Amateure waren die Ersten, die soziale Netzwerke hatten, mit Packet Radio. Und da kommt jetzt das Interesse wieder. Weil jetzt zählt nämlich wieder dieses Technikverständnis. Und als Berufsqualifikation, wenn ich Funk-Amateur, Amateur-Funk-Rufzeichen in meiner Bewerbung drin stehen habe, komme ich bei Leuten, die sich auskennen in der Industrie, komme ich auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Und das ist halt das Tolle. Es ist auch noch eine Berufsqualifikation, wo wir natürlich dann bei den Eltern wieder auch viel größeres Interesse dann erwecken, um an die Jugendlichen zu kommen. Ich glaube, es gibt ja viele Projekte. Wir haben in Kassel zum Beispiel das Schülerforschungszentrum. Da gibt es auch einen interessanten Beitrag übrigens hier, liebe Zuschauer, bei der Hemmradio World. Die Entstehung der Sonnenflecken mit Klaus-Peter Haupt. Ganz interessant. Und Schülerforschungszentrum, das weiß ich, weil du sagst, Eltern von Arbeitskollegen, deren Sohn dort auch ist und die Technik erlernt. Und der sagt, die Eltern sind total begeistert. Da wird gebastelt, gelötet, gemacht, getan. Im Prinzip, was wir auch im AJW machen und auch eben mit der Artis machen über die Bausätze. Und das muss unbedingt weitergeführt und erweitert werden. Und Harald, gibt es da noch konkrete Vorstellungen, was noch weiter geschehen könnte? Meines Portfolio ist ja bekannt von euren Bausatzportfolio. Ich nenne es einfach mal so. Gibt es da Ideen, das noch weiter voranzutreiben? Ja, ich möchte ganz speziell noch jetzt ein paar Projekte oder vorstellen, die wir jetzt in den Sommerferien geplant haben, gerade Nachwuchsgewinnung. Wir fangen nicht nur bei Schülern, Abiturienten oder Studenten an, sondern bei den ganz Kleinen schon. Da laufen jetzt gerade bei uns vor Ort hier in den Sommerferien zusammen mit der Hochschule mit Weida Projekte zur Feriengestaltung. Es gibt da ein Feriencamp. Da unterstützt der Artis mit Materialien, mit Medien. Und wir haben da in Zusammenarbeit mit Amsat.dl auch einen Kontakt mit der Teresa geplant. Das organisiert von unserer Seite aus der Andreas Auswald, DL5CN. Kennen bestimmt einige auch aus dem QRP-Forum oder von anderen Veranstaltungen, Silbertal. Und er ist da sehr aktiv. Und eine Woche später haben wir bei uns hier vor Ort eine Projektwoche mit Schülern, die an der Feriengestaltung teilnehmen. Und da geht es speziell um die Antarktis. Und der Höhepunkt der ganzen Sache wird hier höchstwahrscheinlich auch ein Funkkontakt mit der Teresa sein. Der ist noch nicht ganz bestätigt, ist aber schon eingespeist, sodass wir da hier vor Ort die Schüler und wir laden natürlich auch die Eltern ein und Lehrer, dass die sich das alles mit ansehen. Wir haben dafür auch EU-Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums beantragt. Das hat jetzt zwar nicht direkt was mit Amateurfunk zu tun, aber die Schüler sollen ja auch eine gewisse, ja, wir haben ja einen gewissen Bildungsaufbruch, muss ich mal so formulieren. Also Technik erfahren praktisch. Genau so, ja. Und da werden wir zum Abschluss dann auch ein bisschen grillen. Geht ja mittlerweile lieber bei uns hier. Glücklicherweise. Und da werden wir die ganze Sache dann auswerten. Das ist also eine Sache, wo wir also schon bei den ganz kleinen Anfragen, wir machen diese Feriengestaltung schon seit vielen Jahren hier, mit einfachen Fuchsjagden, mit Bastelnachmittagen und Ähnlichem. Und die fragen schon immer, kaum dass die Ferien vorbei sind, machen wir das in den nächsten Sommerferien wieder. Ja, und sie natürlich dann auch, wir werden nicht alle zum Funk-Amateur, aber zumindest können wir die meisten da erstmal für die Technik interessieren. Wenn die dann ihre Urkunden kriegen, dass sie erfolgreich an der Fuchsjagd teilgenommen haben oder erfolgreich ihren Namen morsen konnten oder im Bausatz aufgebaut haben, der dann die Eltern nervt, wenn es zu Hause fliegt und blinkt. Ganz kurz, Harald, sollte jemand von den Zuschauern dabei sein, der noch nicht so in dem Thema Amateurfunk drin ist, bei der Fuchsjagd werden keine echten Füchse erschossen. Das ist es nicht. Nein, nein, nein. Googlen Sie einfach mal unter Fuchsjagd Amateurfunk und dann gucken Sie mal, was das wirklich ist. Ja, wir machen ja die Fuchsjagd nicht nur mit Funkwellen, sondern mittlerweile auch mit Ultraschall. Ja, das ist ein neues Projekt und das werden wir in Goslar im August. Steffi, ich hoffe, du kannst dir dann vor Ort ein Bild davon machen. Da werden sogenannte Ultraschallparken, die also Fledermausrufe imitieren, im Wald versteckt und mit entsprechenden Ultraschallempfängern können die dann gesucht werden. Das Ganze hat aber auch einen anderen Hintergrund, nämlich das Fledermausmonitorium. Ja, das sind also Ultraschallparken, die Fledermausrufe imitieren und die Empfänger, mit denen kann man dann rausfinden, um was für eine Art von Fledermaus handelt es sich. Ist das eine Hufi-Huf-Reisen-Nase oder... Ja, das sind also... Wir versuchen immer, den Amateurfunk im Zusammenhang mit anderen Gebieten zu zeigen. Also nicht nur Schmalspur-Funk im Kämmerlein, was viele Leute denken. Für viele ist ja Amateurfunk gleich CB-Funk. Da müssen wir auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber wir versuchen eben gerade da ein bisschen fachübergreifend, was auch zu unseren Veranstaltungen hier vor Ort im Erzgebirge gemacht wird, zum Treffen Amateurfunk Erzgebirge. Mittlerweile Weltkulturerbe-Region, die Montanregion Erzgebirge. Wo wir also auch Exkursionen zu Technik-Denkmälern aus dem Mittelalter machen. Natürlich auch auf die andere Seite der Grenze rüber ins Böhmische. Zur letzten Veranstaltung war zum Beispiel der Ronny vom DRC-Vorstand mit zu Gast. In den letzten Jahren hatten wir auch viele Leute, die da von irgendwelchen anderen Vereinen oder so zu uns kamen und sich da einen Einblick verschafft haben, was wir eigentlich machen. Zum Beispiel im Staatssekretär aus dem sächsischen Innenministerium war unser Schirmhammer. Dann der Oliver Arment von AHS Europa, der Chef, der auch ARTIS-Mitglied ist. Er ist Mitglied im ARTIS. Der war zu Gast mit dem Vortrag. Dadurch, dass wir auch die Bürger hier einladen, bringen wir das alles ein bisschen in die Breite. Also wenn hier jemand Amateurfunk sagt bei uns in der Gegend, da wissen die schon ungefähr, ach, da müssen wir, wenn wir was Genaueres wissen, den fragen oder wir schauen dort im Internet nach. Das ist der absolute Wahnsinn, muss ich mal sagen. Also wie ihr euch in die Breite aufgestellt habt, das ist unheimlich toll. Und wenn man sonst Erzgebirge hört, denkt man immer an, wir schnitzen irgendwas Schönes, ganz tolle Sachen. Auch, natürlich. Und das wäre natürlich eine ganze irre Sache. Auf der einen Seite wird ein Federmausdetektor gelötet, und gleichzeitig machen wir noch ein Räuchermännchen. Ja, das Räuchermännchen als Funkamateur gibt es ja mittlerweile auch. Gibt es auch, ja. Deswegen habe ich die Überleitung auch gesucht. Was ich schön finde, wo ich da nochmal einhacken darf, was ich halt toll finde, ist, glaube ich, dass dieser Facettenreichtum, der im Facettenreichtum, der im Amateurfunk abgebildet ist, wenn man den Kindern und Jugendlichen nahebringt, dann wird es auch nie langweilig. Auch bei den Amateurfunk-AGs oder bei den Jugend, bei den, na, Jugendclubs sind es ja nicht, bei den Jugendgruppen, auch im DRC ist es halt immer so, da kann man dann auch ruhig mal eine Bootsfahrt dazwischen machen, auch wenn dann manche sagen, was hat denn das mit Amateurfunk zu tun? Man muss die Jugendlichen nur halten. Aber gerade dieses Interesse ist es ja auch wachzuhalten. Und da möchte ich nochmal ganz kurz auf die Kooperation auch von DRC und Jugend forscht nochmal hinweisen und auf die Kooperation zu diesen ganzen MINT-Projekten, wie wichtig das eigentlich ist. Und wenn man sieht, wie viele engagierte Funkamateure da eigentlich immer dann ihren Bereich planen, ist es wirklich ganz wichtig, dass das alles zusammengeführt wird und eigentlich im Großen und Ganzen betrachtet wird. Und da möchte ich ganz gerne auch nochmal darauf hinweisen, Harald, auf unser neues Vorhaben, dass wir die Schulstationen noch ein bisschen fördern wollen und denen dann wirklich eine Seite geben wollen im Internet, wo sie sich treffen können, verabreden können und erstmal auch komplett eine Auflistung geben, dass man sich da auch für Funkverbindungen verabreden kann. Also von Schulstation zu Schulstation, da sind wir eigentlich jetzt auch gerade noch mit dran. Genau. Und schön ist natürlich auch, wenn man die Funkstationen an den Schulen dann irgendwann mal im Äther hört, eine Veranstaltung, die dazu animieren soll, ist zum Beispiel der Europatag der Schulstation am 5. Mai. Jährlich am 5.5. findet dieser Europatag statt. In den letzten beiden Jahren war es natürlich schwierig, aufgrund der Lage da, eine Schulstation zu animieren. Ich bin auf meine eigene Clubstation gar nicht mehr reingekommen, weil ich nicht in die Schule rein durfte, aufgrund der Lage hier. Aber hoffentlich wird es dann in den nächsten Jahren wieder besser. Und deshalb auch noch mal der Aufruf an alle, die das im Sinne haben, so eine Schulstation zu gründen oder die eine schon haben, nehmen mit uns Kontakt auf, dass wir einen Überblick haben, wo gibt es welche, wer braucht Hilfe, wen können wir unterstützen, an wen können wir uns wenden, wenn es irgendwas Neues für Schulstationen gibt. Und was vielleicht nicht so sehr bekannt ist, wir geben ja auch das Diplom aus, das Red Ink Award, also das Rote-Tinte-Diplom. Rote Tinte, ja, wird heute kaum noch einer kennen, aber wenn man früher zum Beispiel ein Diktat geschrieben hat, zu meiner Schulzeit, so Anfang der 60er Jahre, und man hat einen Fehler, dann machte der Lehrer mit roter Tinte einen Haken an den Fehler. Ja, deshalb Red Ink Award. Es gibt knapp 2000 Leute, die da entsprechende Punkte dafür vergeben können. Einfach mal die Suchfunktion bemühen, Red Ink Award. Und das ist also ein sehr schönes Diplom, ein bisschen nicht ganz so ernst gehalten im Text. Aber das wissen wenige, dass wir sowas herausgeben. Und vielleicht wecken wir hier ein bisschen Interesse, dass der eine oder andere doch mal versucht, die Bedingungen zu erfüllen, um sich dieses schöne Diplom an der Wand zu hängen. Was mir doch gerade so auf der Lippe brennt, Harald, wenn doch jemand jetzt Interesse hat an den Bausätzen Medien, da gibt es doch eine Zeitschrift, glaube ich, oder ein Heft, was rausgegeben wird. Da könnte man, glaube ich, auch nochmal ein Augenmerk drauflegen, weil es kann ja nicht jeder immer an jeder Veranstaltung teilnehmen. Und trotzdem möchte man ja mal gerne das Nachlesen nachbauen können. Ja, bei uns läuft das mit den Bausätzen in den Nachbarn folgendermaßen. Es wird ein Projekt entwickelt. Dieses Projekt wird im Praxisheft vorgestellt. Wenn das aktuelle Projekte sind, das ist also die Grundvoraussetzung. Praxisheft, da kann ich reinschauen, was gibt es an neuen Sachen. Da sind die Bauanleitungen, alles drin, wo findet man Software oder Ähnliches. Und dann kann man über unsere Internetseite www.aatis.de sich die verfügbaren Medien anschauen, raussuchen und dann bei Bedarf bestellen. Was wir einmal jährlich noch rausgeben, ist dieses sogenannte Rundschreiben. Hier mal das von 2007, wo das Programm bei ersten offiziellen Lehreveranstaltungen steht. Dort ist dann nochmal komplett aufgelistet, was haben wir alles für Medien im Angebot. Das Rundschreiben kann man natürlich nicht einfach so irgendwo am Tierskalen oder so. Das kann ich als PDF von unserer Seite runterladen. Das ist also frei erhältlich. Harald, das ist auch die Frage. Was ist denn jetzt mit den alten Rundschreiben oder mit den alten Heften, die angeboten werden? Oder wo bekomme ich die noch komplett in Druckform oder habt ihr da eine andere Möglichkeit geschaffen? Bei Styles, wie gesagt, das Rundschreiben gibt es komplett als PDF. Alle bisherigen Ausgaben kann man sich runterladen, angucken. Das sind immer so 40 Seiten oder so. Ja, 45 Seiten ungefähr. Unsere Praxishefte, das ist natürlich etwas komplizierter. Wir haben eine ganz bestimmte Auflage dieser Praxishefte, die seit drei Jahren auch in einem neuen Outfit daherkommen. Die aktuellen Hefte, die als Printmedium noch verfügbar sind, kann man entweder über uns oder über den DRC-Verlag bestellen. Alle vergriffenen Hefte sind als PDF auf unserer Weisen DVD als PDF. Man kann hier also sich diese DVD bestellen. Und da hat man dann alle, die nicht mehr als Heft greifbar, verfügbar sind, in der Hand. Ich bekomme oft Anfragen, warum stellt ihr eure Bauanleitungen und die ganzen Sachen alle nicht kostenlos? In der Zeit gibt es ja alles kostenlos. Ja, wenn man sich zum Beispiel das Praxisheft anschaut und sieht, was da für Beiträge drin sind, was für einen Entwicklungsaufwand hinter diesen ganzen Projekten steckt. Wir haben ja nicht nur einfache Blink- und Piepschreibung. Wir haben solche Sachen wie Gaschromatographen, wie Photometer, Geigerzähler und Ähnliches. Also gar längste Bausätze. Ja, also wir haben vom Anfänger bis zum Experten alles im Angebot. Ganz spannend, da muss ich jetzt einhaken, weil Theresa Thoma, die ja jetzt in der Antarktis für die Technik zuständig ist, die junge Funkamateurin, die hat ja wirklich über eine Jugendgruppe mit den Artists-Bausätzen, hat die ja wirklich dann Feuer gefangen auch und hat sich dann so weitergebildet. Immer wieder hat sie gesagt, hätte sie neue Bausätze dann eigentlich neu gebaut und sich in die Technik reingearbeitet. Ja, dann hat sie das dann ja in ihr Studium umgesetzt und ist jetzt da wirklich für eine ganz wichtige Position für die Technik auf der Neumayer-3-Station in der Antarktis dann verantwortlich. Im Übrigen möchte ich jetzt mal genau an der Stelle mal einflechten, liebe Zuschauer. Es gibt hier im Rahmen der Hemmradio World 2021 auch einen sehr interessanten Beitrag von Charlie Eichhorn, Degra 3ZL, die besondere Reise der Polarstern zur Antarktis-Station Neumayer 3. Und da werden wir in diesem Beitrag können, das sage ich, wie wir werden, Sie werden natürlich in diesem Beitrag auch die Theresa Thoma erleben, auch den Felix Ries. Also es ist eine ganz spannende Geschichte, was auch bei der Neumayer passiert und wie auch da Theresa arbeitet. Also schauen Sie auch diesen Beitrag an. Finden Sie in der TV, ich sage mal in unserer Programmzeitschrift, die übrigens immer wieder aktualisiert wird auf der Webseite vom DRC e.V. Kleiner Werbeblock, muss jetzt aber sein. Aber ganz spannende Geschichte, ernsthaft. Wenn man sich den Sendeplan anguckt, dann sieht man, wie facettenreich der Amateurfunk ist. Also ich bin selbst immer wieder begeistert und jeder in seiner Betriebsart, jeder in seiner Spielart und jeder mit seiner Faszination. Wahnsinn. Ja, Entschuldigung. Nein, Wolfgang. Danke. Also wir haben jetzt ganz viel gehört. Facettenreichtum DRC, unheimlich breit aufgestellt, auch mit interaktiven Aktivitäten für Kinder und Jugendliche durch Artis, plus die Lehrerfortbildung. Und an der Stelle kann ich auch erwähnen, es gibt zwei Beiträge von Mitgliedern der Artis, die hier auch bei der Hem Radio World gesendet werden 2021. Auch das finden Sie in der TV-Programmzeitschrift. Und jetzt bleibt mir eigentlich noch mal übrig, zwei Fragen zu stellen. Ich finde, das meiste ist auch ganz gut geklärt. Und ich denke, die Zuschauer haben auch einen guten Eindruck jetzt bekommen von der Kooperation DRC e.V. und der Artis, ich frage einfach mal den Harald als erstes, soll nicht unhöflich sein, aber als Vorsitzenden der Artis, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Oh ja, da gibt es nicht nur einen, da gibt es mehrere. Fachbezogen. Ja, Fachbezogen. Ich beziehe es mal jetzt auf unseren Verein. Ja, genau. Ja, und zwar unser Vorstand hat nun ein gewisses Alter erreicht. Das bedeutet also für uns, dass wir uns nach Kandidaten umschauen müssen, die die Arbeit mal fortführen wollen und möchten. Und deshalb für einen Aufruf, wer Interesse hat, da mitzuarbeiten und doch ein bisschen Zeit zu investieren in die ganze Arbeit. Das wäre schön, wenn wir da Anfragen bekommen würden. Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Aufgaben, die erledigt werden müssen in so einem Verein. Da ist jetzt, ob das ein DRC ist, der ist zwar um einiges größer als der Artis, aber die Aufgaben im Prinzip unterscheiden sich nicht allzu viel, sage ich mal so ein bisschen hochstaplerisch. Das wollten wir ja gut rausarbeiten gerade. Ja, und natürlich der größte Wunsch wäre, dass uns diese Freizeitbeschäftigung mit dem Funkdienst Amateurfunk noch lange, lange Zeit erhalten bleibt und dass wir die Möglichkeit haben, auch hier die Technik und die Entwicklung voranzutreiben. Ja, früher war es ja so, die meisten Erfindungen auf dem Gebiet der ratlosen Nachrichtenübertragung in den Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die kamen ja zum Teil von Funkamateuren. Und ich habe auch, oder es gibt ja auch jetzt noch viele Funkamateure, die da kräftig dran kurbeln, dass es vorwärts geht. Innovativ tätig sind, genau. Innovativ tätig sind, auch mit eigenen Firmen, mit großen Firmen. Es gibt ja in Sachsen eine sehr große Firma, die zum Beispiel 5G, neue Mobilfunkstandards oder DVB-T2 oder Ähnliches hier bearbeiten, die da auf diesem Gebiet tätig sind. Der Chef ist ein Funkamateur, viele Mitarbeiter sind Funkamateure. Das ist immer toll. Wir waren übrigens auch schon bei uns zu unserem Treffen hier als Referenten. Ich kenne den Chef noch als Studenten. Er war also bei uns auch an der damaligen Technischen Hochschule aktiv. Ja, wie gesagt, das sind die Wünsche, dass es vorwärts geht und dass wir noch viele, viele jugendliche Kinder als Nachwuchs gewinnen können. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Einmal, es soll natürlich weitergehen mit der Artis. Neuer Vorstand wird gesucht, ganz wichtig. Es ist immer die demografische Entwicklung. Man kann nicht immer weitermachen. Irgendwann kommt das Alter, wo man auch sagt, jetzt ist mal gut. Und da muss ein Nachfolger kommen. Das ist aber auch ganz normal. Und daher, wenn Sie Interesse haben, an die Artis wenden und wenn Sie keinen Kontakt finden, auf welchen Gründen auch immer, einfach an den DHC wenden und er würde vermitteln. Kein Thema. Aber jetzt kommt natürlich auch die Steffi, die O7-PA. Auch an dich die Frage, was wünschst du dir denn in diesem Bereich, über den wir gerade diskutiert haben, für die Zukunft? Also in erster Linie wünsche ich mir jetzt gerade, dass wir uns alle mal wiedersehen, uns alle mal wieder drücken können, face to face, dass Corona jetzt weiter so die Zahlen nach unten gehen und dass wir wirklich Veranstaltungen wieder machen können, wieder aktiv werden können. Obwohl, ganz ehrlich, die Funkamateure haben sich während Corona prima geschlagen. Also die haben einfach Kontakt gehalten. Ja, jetzt aber in Bezug auf gerade dieses wichtige Thema, Jugend, Kinder und Ausbildung im Amateurfunk und auch Pädagogen, wünsche ich mir natürlich, dass wir weiterhin da aktiv zusammenarbeiten, die Kooperation intensivieren, noch andere Interessengruppen dazu bekommen. Und dass wir dann auch vielleicht noch viel mehr Funkamateure davon überzeugen, dann auch Mitglied zu werden, entweder bei der Artis oder im DRC, weil der Interessenschutz und die Frequenzverteidigung da wirklich an erster Stelle stehen. Und wir können die Zukunft des Amateurfunks nur sichern, indem wir wirklich starke Interessengruppen haben, die unsere Frequenzen auch dann auch in Berlin und auf der EU-Ebene dann auch da verteidigen. Und uns beiden wünsche ich natürlich ganz, ganz, ganz viele leuchtende Kinderaugen beim Löten der Bausätze. Ich mache das ja auch sehr gerne. Ja, und natürlich, dass wir Jugend forschen und diese ganzen MINT-Projekte weiter vorantreiben. Also ich meine, mein Wunschzent ist riesengroß, ganz ehrlich. Aber ich habe wirklich auch, ich sehe sehr positiv in die Zukunft, Volker. Das ist, wenn ich mir die Zahlen anschaue und sehe, was momentan Ehrenamtliche da vor Ort leisten und wie aktiv das überall in Deutschland ist und was sich da auch digital tut, ich habe momentan keine Sorge. Und ich glaube, auch der DRC-Vorstand hat im Bereich Jugendförderung einiges vor. Da wird man auch einiges hören. Es wird ja gerade auch ein Trailer, ein Jugendförder-Trailer gedreht, wo auch Schauspieler gesucht wurden oder dann Darsteller, auch im Bereich der Mitgliedschaft. Also da kann man, glaube ich, gespannt sein, was da kommt. Also von wegen, der Amateurfunk ist spröde, zurückhaltend, altmodisch, historisch. Ganz im Gegenteil, es geht voran. Denn moderne Techniken werden erschlossen und man holt die Jugend mehr noch ins Boot als bisher. Und ich glaube, das wird auch von der Jugend zurückgegeben. Man kriegt immer mehr mit, dass das Interesse sehr, sehr hoch ist. Haben wir auch gerade gehört im Kontext hier. Also das war alles sehr, sehr positiv und gibt gute Gedanken für die Zukunft. Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Ausblick in die Zukunft, aber auch ein Ist-Zustand zur Kooperation. Artis, der Arbeitskreis für Amateurfunk und Kommunikation in der Schule und dem DRC e.V. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. An der Stelle sage ich sonst immer gerne, schauen Sie weitere Beiträge im Rahmen der Hemradio World 2021. Sollen Sie natürlich tun. Aber es gibt ja noch zu dem Thema Artis noch einen Beitrag von Harald Schönwitz separat, wo er die Artis nochmal vorstellt, viele Projekte im Einzelnen vorstellt. Und dieser Beitrag wird auch natürlich am Wochenende der Hemradio World 2021 gesendet. Also wir wünschen natürlich Ihnen viel Spaß und ich darf mich ganz herzlich bedanken. Hier ist nämlich die Dame zuerst, DO7PR, Steffi Heine, die Öffentlichkeitsreferentin und stellvertretende Geschäftsführerin vom DRC e.V. Schönen Dank, Steffi. Ich danke dir, Rolf. Es war sehr, sehr angenehm. Und natürlich beim Harald zum zweiten Mal jetzt hier auf unserer Bühne, DL2 HSC, Harald Schönwitz, Vorsitzender der Artis. Herzlichen Dank dafür, dass du für diesen Plausch zur Verfügung gestanden hast. Ja, danke. Und ich hoffe doch, dass wir uns irgendwann in der nächsten Zeit persönlich wieder treffen können. In dem Sinne 73. Ja, 73, das ist der große Wunsch. Liebe Zuschauer, viel Spaß noch. Ihr Moderator Wolfhard Heidenmüller, DO5WE. Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.